Okay, wir fangen aber an mit, äh, Two Evil Eyes, ne? Davon gibt's ja drei Kapitel, wir gucken uns alle drei jetzt an. Wir starten natürlich, ne, Two Evil Eyes mit Kapitel 1, ne? In the Five Nights at Freddy's Fan Animation, let's go! Oh, lol! Hä, wieso macht Springtrap die Freddy-Maske kaputt? Springtrap? Springtrap ruft den Aufzug. Oha, es ist laut. Hi, Springtrap. Ich hol für eine dritte, danke für den Euro. Grüße gehen raus. Oha! Oha! Oh, wir sind auch in der FNAF 3 Location. Oha! Yo, was ist das denn? Hä, wie crazy ist das denn? Der Nightguard denkt sich nichts Böses. Da ist Springtrap alles auf Error. Springtrap ist richtig angry, alter. Das war ja nur Part 1. Wir gucken mal Kapitel 2. Okay, ja. Ah, okay. Wir machen da weiter, wo Part 1 natürlich aufgehört hat. Oh, ne Axt? Ja, let's go! Mach ihn kaputt, die Drecksau! Oha! Oha! Umpf! Yo, Springtrap geht aus der Location raus. Oha! Liberty Mall. Irgend so ein Einkaufszentrum. Da ist Springtrap. Jesus. Oh, ne kleine Goldie-Puppe. Hi! Und da, Plushtrap. Hallöchen, na? Das klingt so krass, wenn die sich bewegen, ne? Dieses Zahnrad-Klicken oder was das ist. Oh, oh. Oh, schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Oh! Oh, das bringt was? Damit hab ich nicht gerechnet. Oh, aber da ist Plushtrap. Loll. Shit. Leben vorbei, alter. Da ist noch mehr Plushtrap am Start. Plushtrap, der kleine Helfer. Oha! Oha! Die sind so insane gemacht. Einfach Springfab im Schaufenster. Let's go. Hä? Das ist insane. Okay, wir gucken. Part 3. Chapter 3. Okay, das ist der Junge, der Springtrap im Schaufenster gesehen hat, ne? Der hat eine kleine Foxypuppe am Start. Da ist Plashtrap. Und winkt ihm. Oh, wie süß. Jetzt denkt er noch, oh, wie süß. Aber da ist auch Springtrap, hä? Natürlich. Uff. Ich freu mich wirklich drauf. Oha, Springtrap hat die ganze Familie hops genommen, oder? Uff. Hä, was liegt denn da alles rum? Okay, da ist Springtrap. Im Bad. Oh, ein bisschen Blut an der Hand. Oh, das kann schon mal passieren. Ein bisschen viel Blut an der Hand. Hä? Oh, shit. Boah, das ist so krass gemacht. Aber er versucht sich die Maske abzuziehen. Kommt halt gar nicht klar, ne? Yo. Shit. Shit. Oh, hat schon den ersten Hops genommen. Und Nummer 2 und Nummer 3 genauso. GG, Boys. Au. Ah, Tazern ist auf jeden Fall eine wichtige Schwachstelle. Leute, als wenn die einfach Springtrap abführen. What the fuck? Und Plushtrap ist natürlich noch draußen. Hä, das ist ja insane. Warte, wann kam das raus? Am 26.06. Ja, gut. Muss man halt noch auf den... Hä, das ist so gut gemacht. Das ist so gut gemacht. Musik 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 Untertitelung. BR 2018